Lasst uns einander lieben, damit wir einiglich bekennen. Wartest du und Heiligen Geist, Leidheit, leidens und Tod, Geltung in Weisheit, lasst uns aufmerksam sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, der in der Mediklinie, der uns gestoppt hat, der in der Welt, die sich leidet, und an den Heiligen Geist, Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, aus dem Vater geboren feierter Zeit, Riecht von mir, der Vater, der von meinem Gott, der zeuglich geschlafen, weil es ließ ist mit dem Vater, der die ist alles geschaffen, für uns Menschen und Sohns, ein Kreis der Familie gekommen, hat vielleicht schon genommen, aus dem Heiligen Geist, Leidheit, leidens und Tod, Heiligen Geist, Und wenn viele kommen in Herrlichkeit, zu den Verliebenen und die Toten, seine Herrschaft wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist der Heilige, wenn ich hab, der aus dem Vater hervorgeht, der in dem Vater und dem Sohn an die Liebe und Herrlichkeit, der gestrahlt hat und die Hoffnete und an die reine Heilige katholische und apostolische Hirte. Ich bitte in die Heiligen Geist auf uns zur Verliebung der Zünder. Ich erlachte die Aufmerksamkeit der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Amen.